100 Spieler. Über 100 Möglichkeiten. 100 Chancen. Aber nur einer kann gewinnen. Herzlich willkommen bei 100 Spieler gegen Candy. Ich werde versuchen vor 100 Spielern abzuhauen. Ob es mir gelingt, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß. In diesem Video wird es wieder richtig gefährlich und herzlich willkommen zu 100 Spieler gegen mich. Ihr habt es gerade mitbekommen. 100 Spieler sollen mich aufhalten. Und wie das ausgeht, das seht ihr in diesem Video. Deswegen bleibt bis zum Ende dran. Und ich würde sagen, ich werde das Ganze jetzt hier einmal starten. Und oh mein Gott, hier steht es schon. Candy PHP ist verschwunden. Zusammen mit dem krassen Lamborghini. Den Wagen zeige ich euch nämlich gleich. Und jetzt schauen wir uns an, wie die Spieler darauf reagieren. Jungs, ruhig, ruhig, ruhig. Und oh mein Gott, mein ganzes Spiel hängt. Da sind so viele Leute hier am Start. Was ist das denn? Okay. Und vor denen muss ich abhauen. Nämlich einmal pro Minute bekommen diese Leute meinen Standort geschickt. Und das ist jetzt gleich schon. Ich muss hier schnell runter. Jetzt geht es los. 100 Spieler gegen Candy. Und werde ich es schaffen? Das seht ihr in diesem Video. Bleibt auf jeden Fall, wie gesagt, bis zum Ende dran. Und ich würde sagen, der erste Standort wurde gesendet. Oh mein Gott. Und alle sind neben mir. Und mein ganzes Spiel hängt, Leute. Ich habe hier einen übelst krassen, aufgetunten Lamborghini. Und ihr seht wahrscheinlich gerade, wie alle losbrettern. Oh mein Gott. Was ist denn das? Ein Helikopter sogar in der Luft. Schaut euch an, wie sie alle losfahren. Wir werden euch hier und da auch Einblendungen machen. Vor aus der Luft. Hier ist die Luftaufnahme. Die crasht noch locker alle in sich rein. Ich brauche... Die schreien mich an. Lasst mich in Ruhe. Oh Gott, oh Gott. Okay. Leute, ich habe einen absoluten OP Lamborghini. Und mit dem werde ich ganz easy hier abhauen können. Denn let's go. Und meine erste Taktik wird es sein. Denn ich muss ja einmal pro Minute meinen Standort senden. Ich werde meinen Standort senden. 100 Meter weiterfahren. Und gucken, wie alle reingecrashed kommen. Aber jetzt erstmal werde ich wegbrettern. Standort wurde wieder gesendet. Alle wissen, wo ich langfahre. Und oh mein Gott. Die Polizei ruft hier schon Verstärkung. Das, Leute, ist kein Spaß mehr. Die Leute wollen mich hier auf jeden Fall tot sehen. Und ich will das Ganze überleben. Ich würde sagen, ich sende nochmal meinen Standort. Ich fahre jetzt hier mal irgendwo ran. Und verstecke mich. Oh mein Gott. Ich drehe einmal um. Ich hoffe, dass jetzt alle vorbeifahren. Hä, aber wo sind die? Okay, die ersten kommen mir schon an. Das war der letzte Standort. Hör, der fährt nicht weiter. Oh doch, der erste ist vorbeigefahren. Ha, 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 ha. Er dreht um. Der zweite ist vorbeigefahren. Er dreht um. Nein. Okay, okay. Schnell weg hier. Oh mein Gott. Das war's komplett. Schnell weg hier. Drei Autos sind gerade hinter mir. Die anderen noch nicht. Und jetzt werde ich hier das Ganze mal ein bisschen beschleunigen. Ich werde jetzt ganz oft meinen Standort hier senden. Und schauen, wer alles ankommt. Beziehungsweise, wir fahren einfach mal den Leuten entgegen. Ja, so. Oh mein Gott. War das knapp. Wow, 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 wow. Okay, okay, okay. Oh mein Gott. Das sind richtig viele Helikopter, Autos. Alles drum und dran, Leute. Bro, das sind richtig viele Autos. Und da kommen sogar noch mehr. Die kommen ja von überall her. 100 Spieler gegen mich. Und wenn ihr sowas öfter sehen wollt, lasst jetzt ein Like da. Und schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich sowas öfter machen. Wow. Oh mein Gott. Das war's. Das war's. Ich werde jetzt auch gleich anfangen zu schießen auf die anderen. Da ist er. Ey. Ja, da bin ich. Und jetzt verschwinde. Okay, okay. Oh mein Gott. Da kommen ja noch viel, viel mehr. Ich werde jetzt noch einmal zurückfahren, dass wir hier alle gebündelt haben. Verschwinde. Fahr weg. Das war's. Ey, die besprechen sich doch. Oh. Der ist richtig abgehoben. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, Leute. Wie krass ist das bitte? Wie heftig ist das bitte? Das macht ja auch sogar Spaß. Also ich sag euch ehrlich. Wenn die mich kriegen, dann wird es richtig, richtig teuer für mich. Weil jeder einzelne Teilnehmer etwas von mir bekommt, wenn sie mich kriegen. Aber dafür werde ich sorgen, dass es nicht so ist. Denn ich werde mir jetzt ganz entspannt einfach... Oh mein Gott. Hä? Da ist irgendwas explodiert. Was war das? Wir fahren zurück. Was ist das denn? Das war so ein kleiner Ein-Mann-Helikopter. So ein kleiner Helikopter. Aber gut, Leute. Ich bin wieder umgedreht. Wir fahren jetzt nämlich in die Stadt nach Los Santos und schauen, wie viele Menschen in diese Stadt passen. Denn hinter mir sind Helikopter, Autos, Polizei und noch viel, viel mehr. Ich werde mal langsamer fahren, damit ihr mal seht, wie viele... Oh mein Gott. Hey, haut ab! Verschwinde! Oh mein Gott! Ihr seht da zwischendurch die Aufnahmen aus der Luft. Ich kann euch jetzt vielleicht mal zeigen, wo viele Leute sind. Oh mein Gott. Schaut euch mal an, wie viele Leute da gerade fahren. Das ist ja unglaublich. Hier über, Straßblock. An die schießen sogar! Okay. Ich werde sagen, ich werde mich jetzt irgendwo... Wir fahren in die Stadt und dann werde ich anfangen, die ersten Leute zu erledigen. Sag ich euch hart auf hart. Ich werde die ersten Leute erledigen. Hier links auch wieder welche. Es ist unglaublich. Die ganze Stadt ist hinter mir her. Ich werde jetzt ganz auf meinen Standort schicken, damit alle sehen, wo ich hingehe. Ey, das macht ja übelst Spaß, Leute. Bleibt bitte bis zum Ende des Videos dran und dann seht ihr, ob ich es schaffe, gegen 100 Leute zu überleben. Denn einfach ist es auf jeden Fall nicht. Ich platziere mich jetzt hier oben und werde auf vorbeifahrende Leute schießen mit meiner goldenen SMG. Die gibt es nur ein einziges Mal hier in GTA. So, und jetzt hier. Ihr wollt mich verfolgen? Hier! Ja! Ciao! Oh mein Gott, Leute. Und ciao! Hier ein Polizeiauto. Schön die Platten schießen. Und jetzt sollte ich hier abhauen, weil die ersten Autos wahrscheinlich jetzt zu mir kommen. Und mein Standort wurde auch gesendet. Schnell weg hier. Oh mein Gott! Ihr werdet mich niemals kriegen. So, und jetzt geht es in die Stadt rein. Ich brauche irgendeinen Ort. Wo kann ich mich denn gut platzieren, wo ich richtig gut auf andere schießen kann? Äh, ich muss jetzt irgendwas überlegen, Leute. Ich muss jetzt echt kreativ werden. Das ist ein kompletter Manhunt hier gerade. Und 100 Leute wollen mich erledigen. Und ich muss abhauen. So, Standort wurde wieder gesendet. Ich sage euch ehrlich, ich werde, ich werde, ich werde, ich werde nochmal auf alle draufschießen. Hier ist mein letzter Standort. Ich fahre auf die Brücke drauf und eröffne auf alle das Feuer. Und die Polizei hat die ganze Zeit meinen Standort gesehen. Ich habe mich schon gewundert. Jetzt kommen hier die ersten an. Platten. Sehr gut. Nächster. Boah, Bentley. Krasses Auto. Bam. Erledigt. Da ist die Polizei. Die kommt. Und jetzt geht es hier richtig los. Jetzt muss ich weg. Jetzt geht es hier richtig los. Schaut mal da unten. Wow. Oh mein Gott, Leute. Kann ich hier noch lang oder ist jetzt zu? Ich glaube, ich kann hier noch lang. Die fahren alle da vorne hoch. Let's go. Hier bin ich. Ihr kriegt mich nicht. Oh mein Gott, Leute. Was geht denn hier ab? Und jetzt werde ich mich nämlich verstecken. Oh mein Gott. Jetzt wird es hier gerade richtig voll. Ich fahre nämlich hier unten rein. Das wird keiner checken. Die werden alle an mir vorbeifahren. Äh, oder doch nicht. Mein ganzes Spiel hängt sogar schon, weil es so voll hier ist. Okay, wir fahren zum Flughafen. Meine letzte Chance ist der Flughafen, Leute. Und schaut euch mal an die Aufnahmen von oben. Wie viele Leute hier sind. Wir werden die echt ab und zu einblenden. Überall in Los Santos sind jetzt Menschen hier gerade. Ich denke mal die... Oh, ich gehe hier oben auf die Brücke. Und da kommen auch schon die Ersten. Hier bin ich. Hahaha. Ey, wie viele sind das denn? Ich glaube, ich habe es echt überschätzt. Unterschätzt, eher gesagt. So. Ey, Bro, das sind so viele. Waaah. Ah. Hahaha. Hahaha. Nein. Okay. Waaah. Leute. Ich glaube, ich wurde erledigt. Das heißt, sie kriegen jetzt alle eine Belohnung. Die werden doch alle reich jetzt wegen mir. Leute, was soll das? Oh, Mann, ey. Oh, Mann, Leute. Die erste Jagd habe ich leider verloren. Aber wisst ihr was? Weil es das erste Mal ist, werde ich eine zweite Runde starten. Jetzt kriegt erst mal jeder seine Belohnung. Oh, Mann, ey. Jeder hat jetzt eine Belohnung bekommen, weil ich draufgegangen bin. Aber jetzt wird es nicht mehr so einfach. Denn jetzt kommt das Auto der Autos. Der Big Lamborghini. Haha. Und damit werde ich jetzt wieder abhauen. Und damit geht es jetzt los, Leute. Schaut es euch an. Ich habe einen riesigen Lamborghini und muss damit vor allen Spielern abhauen. Und diesmal mache ich es denen nicht so einfach. Diesmal werde ich sogar einen Helikopter vielleicht suchen. Ich werde irgendwo mich auf dem Dach verstecken. Ich werde mir Unterstützung suchen und noch viele andere Sachen. Und da vorne sehe ich auch schon wieder alle in der Luft. Helikopter, alles drum und dran verschwindet. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Flughafen, wo ich gerade eben schon hin wollte. Und schaut euch mal mein Auto an. Hier. Denkt ihr, ihr habt eine Chance? Bam, weg. 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 Bam. Aus dem Weg. Ich muss hier durch. Mit dem Auto kann ich nämlich durch alles durchrammen. Und das werde ich euch am Flughafen gleich beweisen. Oder wisst ihr was? Ich drehe jetzt hier auf der Autobahn hier oben. Ich fahre jetzt die Autobahn auf der Brücke entlang. Die tappen nämlich alle meine Falle jetzt. Ich werde nämlich schön warten, bis die alle auf der rechten Spur hinter mir sind. Dann drehe ich um. Und dann werde ich alle komplett wegrammen. Niemand wird eine Chance haben. So, jetzt bremse ich. Einmal umdrehen. So, und ach, Polizeiauto. Aus dem Weg. Das Außenweg. Das Rote. Aus dem Weg. Ihr hier. Weg. Geh, klasse. Tschüss. Ach, ihr beiden auch noch? Ihr wollt mich auch erledigen? Weg mit dir. Und der ist eh schon unten. Der ist von alleine schon runtergeflogen. Und so seht ihr es schon, Leute. Keiner. Ach, den kurz mal wegmachen. Hat keiner. Keiner hat eine Chance gegen mich. Bro, der Arme. Guck mal. So, aus dem Weg. Und das, Leute, ist nämlich die Special-Folge von 100 Spieler vs. ich. Ich würde sagen, ich werde das Ganze jetzt nochmal wiederholen. So, einmal. Ah, ich muss hier einmal durch. Einmal hier bitte durchlassen. Boah, ich will jetzt einen. Hier, der repariert gerade. Ah, der. Ah. Oh mein Gott. Der eine hat noch so geschrien. Was redet das PD denn hier? Weg, bam. Ey, da hat keiner eine Chance, Leute. Das ist das absolute OP-Auto. Und jetzt werde ich zum Flughafen fahren und alle einsperren. Vorher geht es aber für mich einmal in die Grove Street. Das ist nämlich eine Straße, die sehr, sehr eng ist und auch nur in eine Richtung geht. Hier werde ich jetzt auf die anderen warten. Jetzt ducke ich mich im Auto. Und sobald es soweit ist, werde ich Gas geben. Was will denn der Helikopter hier? Oh mein Gott. Denkt ihr, das tut mir weh? Verschwindet. Hier, aus dem Weg. Aus dem Weg. Das rote Auto, weg. Wisst ihr was? Den zerstöre ich jetzt komplett. Einmal hier. Och, der ist auf dem Dach gelandet. Auch cool. Hier müssen wir aufpassen. Die ist durch eine Tankstelle. Obwohl, wenn ich da jetzt reinfahre, mein Auto hält es aus. Ich werde jetzt alle hier zur Tankstelle locken. Alle zur Tankstelle locken. Ja, kommt mal alle ruhig her zur Tankstelle. Und bam. Hä? Bambi, bleib stehen. Oh mein Gott. Was geht hier ab? Schaut es euch aus der Luft an und jetzt brennt euch durch alle durch. Bambi. Leute, mein Spiel hängt. Okay, Leute, jetzt geht es wieder. Oh mein Gott, mein Spiel hat richtig lange gehangen. Da musste ich ganz kurz mal stehen bleiben. Es sind einfach 100 Leute hinter mir. Ihr checkt das nicht, wie viele das sind. Und damit ihr das checkt, fahre ich jetzt noch einmal durch alle durch. Denn mein Big Lambo ist komplett unter... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der hat einen Reifen verloren. Der hat einen Reifen verloren. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Ich muss hier durch, ich muss hier durch. Und ihr seht unten links auch meine Karte, wie viel Polizei da auch am Start ist. Und auch alle schreien hier rum. Bambi. Hier der Officer. Ein Maus zur Seite, bitte. Hier. Hör ein pinkes Auto. Ist das Flauschi? Flauschi, sorry. Das ist Flauschi, Leute. Das muss Flauschi sein. Oh mein Gott. Flauschi wurde erledigt. Oh mein Gott, Leute. Keiner hat eine Chance. Auch nicht der hier in blau. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Hä, wie geil. Das macht voll Spaß. Ich konnte das den ganzen Tag machen und wieder umdrehen. Alle schreien hier rum. Einmal umdrehen. Oh mein Gott. Aber einer hat es geschafft, mich hier hoch zu befördern. Das heißt, mein Auto bröckelt langsam. Ich habe nicht mehr so viel Leben. Oh mein Gott. Guck mal, hier der Medic. Au. Au. Oh nein, das war es, Leute. Ich glaube, das war es. Oh mein Gott. Ich glaube, das war es. Ich kann nichts machen. Ich kann mich nicht mehr umdrehen. Wenn sie Sinn umstellt, steigt sie aus. Ich kann nicht umdrehen. Das war es. Aussteige. Ach, ich komme nicht mehr umdrehen. Oh doch, es ging doch. Ich konnte mich doch umdrehen. Weiter geht es. Nämlich der hier. Oh, er hat Glück gehabt. Hallo. Oh mein Gott, Leute. Das Auto ist viel zu stark. Einmal hier durch die Menge durch. Ja, ich muss hier einmal durch. Ich muss hier einmal durch. Der ist richtig abgehoben. Okay, Leute. Ich würde sagen, es ist an der Zeit, jetzt abzuhauen. Genug Spaß gehabt. Wir wollen das Ganze aber auch noch gewinnen. Oh mein Gott, Leute. Was passiert mit diesen Autos? Deswegen werde ich jetzt hier mal ganz knackig schwachig einfach mal abhauen. Und zwar wirklich jetzt Richtung Flughafen. Oh mein Gott, Leute. Okay, ich muss noch einmal. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Entschuldigung. Entschuldigung. Bamm. Der ist voll komplett explodiert. Oh mein Gott, sorry. Jetzt hier, G-Klasse 6x6. Nee. Oh mein Gott. Perfekt, sagt der. Und der hier. Bamm. Ach, der steht da so schön auf der Straße. Oh mein Gott, ey. Ich kann das nicht mehr. Uh. Wow. Okay, jetzt geht es zum Flughafen, Leute. Jetzt keine weiteren Spielchen. Jetzt fahre ich zum Flughafen. Alter, das Auto ist ja komplett krass. Aber ich sage, ich muss euch leider ehrlich sagen, ich glaube, die 100 Spieler sind ein bisschen zu stark für mich. Da muss ich noch ein bisschen üben und im nächsten Video mir mehr Mühe geben. Wenn ihr das sehen wollt, lasst ein Abo da, sonst verpasst ihr das nämlich. Und wir fahren jetzt hier auf das Flughafengelände. Oder? Oder werde ich jetzt auf alle warten und hier alle wegrammen? Kenny, trau dich. Nicht rum, nicht rum. Okay, rauf auf die Startbahn. Dort kann ich mich richtig Speed holen und Autos mit 1000 kmh wegrammen. Und das wollen wir alle sehen, das weiß ich. So, jetzt ein bisschen Geschwindigkeit draufholen. Gut zielen und daneben und daneben. Was ist er denn? Maa, aua. Ey, das Handling, Leute, das ist viel zu schlimm. Ich kann gleich nichts mehr machen. Jetzt kommen sie alle. Bam. Bam. Oh mein Gott. Was? Was? Die Junge. Das Auto hat sofort Feuer gefangen. Aber ich sag euch ehrlich. Ich... Die erschrecken sich auch alle. Ihr müsst mal hinhören, was die sagen. Zum Beispiel der hier jetzt. Ich kann kein Gas mehr geben. Mein Auto fährt nicht mehr. Ich drück weh, das fährt nicht mehr. Leute, bitte lasst mich in Ruhe. Nein, bitte. Ich muss weglaufen. Handy, du hast verloren. Lasst mich bitte in Ruhe. Au. Leute, bitte lasst mich in Ruhe. Ich ergehe. Ich ergebe mich. Ich ergebe mich. Bitte tun sie mir nichts. Hände hoch. 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 Ich glaube, das war es. Leute, ich habe zweimal verloren. Das hat mich eine Menge Geld, eine Menge Zeit gekostet. Bitte lasst ein Abo da. Wenn ihr es nochmal sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Keine Ahnung, Leute. Jetzt muss ich dir noch eine Belohnung geben. Das war es. Ciao mit A. Ciao, ciao. Hat aber trotzdem Spaß gemacht. Wahoo. Bis zum nächsten Mal.